Hey Mirabler, alles okay bei dir? Mirabler will wissen, was draußen los ist. Hä? Das frage ich mich allerdings auch. Oh wow, der Wald ist riesig. Was wird uns hier wohl erwarten? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu! Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Heute spielen wir mit Pikachu, Spiele mit Pikachu, Joy-Con. Führe die Hand zu Pikachu und bewege sie, um es zu streiten. Oh, es tut mir leid Pikachu, ich wollte nicht aufwecken. Hey! Oh, du kleines süßes Pokémon. Oh, hey, bist du traurig? Kitzelt das etwas? Oh, kitzel, kitzel, kitzel. Oh, hast du putzige Öhrchen? Schau dir mal deine Öhrchen an. Ui, tanzen kannst du auch. Oh. Oh, das ist so putzig. Ich kriege nicht genug von dir. Oh, es gibt sogar, oh, da habe ich jetzt zu schnell geklickt. Aber es gibt auch Bären für dich. Guck mal. Hm. Eine leckere Himi-Bäre. Die ist lecker, nicht wahr? Ich habe noch mehr Bären, aber die brauchen wir noch für die anderen Pokémon, weißt du? Wenn wir wilde Pokémon fangen wollen. Okay, Pikachu, was hältst du davon, wenn wir jetzt unser Abenteuer fortsetzen, oder? Gute Idee. Dann komm, dann machen wir das jetzt, ja? Oh, es gibt noch weitere Spiele. Na, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Pikachu sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den X-Knopf drückst und im Menü mit Pikachu spielen auswählst, kannst du mit Pikachu spielen, wann immer du willst. Oh, sehr toll. Herzlichen Dank, das ist sehr, sehr interessant. Aber jetzt zurück auf Route 1. Unser großes Abenteuer beginnt jetzt erst so richtig. Oh, hey, ist das nicht der Typ vom Supermarkt? Was machen Sie denn hier? Oh, danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon-Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Also komm ruhig mal vorbei und schau dich um, ja? Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Wow. Ich erhalte einen Trank. Sehr toll. Dankeschön. Wenn Tränen gegeneinander antreten, kommt es vor, dass Pokémon dabei verletzt werden. In so einem Fall sollst du ihnen Tränke geben. Das werde ich tun. Danke, Herr Supermarkt, wie auch immer. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Pokémon gefällt. Hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Oh, was ist denn jetzt los? Wenn zwei Tränen sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit meinen Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen. Los! Mit deinem Lieblings-Pokémon? Ja, da bin ich mal gespannt, was dein Lieblings-Pokémon ist. Ich bin Knirps Axel und ich fordere dich heraus. Okay, los, Radfratz. Radfratz ist also dein Lieblings-Pokémon. Das haben wir auch. Aber wir schicken erstmal Pikachu in den Ring. Pikachu, mach dich bereit. Was hältst du von einer Donnershock-Attacke? Los geht's. Oh nein, Achtung, Radfratz, schütz dich. Sehr gut. Und jetzt, Radfratz-Teckel-Attacke. Ha, dein Pikachu, er hat keine Chance gegen meinen Radfratz. Oh ja, vielleicht hast du recht. Ich werde mein Pokémon jetzt mal austauschen. Einfach mal zum Spaß, um zu sehen, wie es aussieht. Pikachu, komm, komm erstmal zurück. Nur noch ein bisschen. Halte durch, Mirabla. Mirabla, Mirabla, Mirabla. Okay, los, Teckel. So einen Mirabla kriegen wir auch noch klein. Wäre doch gelacht. Oh nein, nimm dich in Acht. Absorber ist ziemlich stark. Hey, das ist unfair. Oh nein. Sehr gut gemacht, Mirabla. Wir haben Radfratz K.O. geschlagen. Oh nein, Radfratz, jetzt muss ich mit Radfratz erstmal ins Pokémon-Center gehen. Ah, du bist aber echt stark. Wow. Hier 60 Poké-Dollar und drei Poké-Bälle schenkt dir auch. Dankeschön. Voll lieb von dir. Auf Routen oder in Wäldern findest du bestimmt noch viele andere Trainer wie mich, die gegen dich kämpfen wollen. Also, Training macht Spaß und so. Hey, da vorne ist Thomas. Hey, Thomas, wie geht's dir? Hey, du strahlst ja über beide Ohrenkatze. Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Wow, coole Sache. Ach ja, ich wollte dir doch noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie in einen Pokémon-Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäppelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Behalte den Zustand deiner Pokémon nach Kämpfen immer gut im Auge, ja? Also, ich muss los. Tschüss. Oh Mann. Ich wollte dich fragen, ob wir zusammen mal unser Abenteuer erleben können. Jetzt ist er schon wieder weg. Hey, schaut mal. Die aus der letzten Folge sind nicht mehr da, die den Weg versperrt haben. Die komische Frau mit den pinken Haaren und der Typ mit den lila Haaren. Und auch das Mautzi. Na, was das wohl für zwei Chaoten waren. Du findest einen Trank. Hinter einem Zerschneiderbaum. Ja, jetzt rede ich schon fast wie ein Pokémon-Experte. Gut, ich bin auch irgendwo einer. Ähm, wir laufen mal weiter. Route 22. Vielleicht geht es ja hier weiter. Zwinker, Zwinker. Hm. Mal sehen, was hier... Oh, da läuft ein Radfress im Gras herum. Gibt es hier irgendetwas zu entdecken? Anscheinend nicht. Äh. Hä, Katze? Da bist du hier wieder. Wir haben uns doch erst vor einer Minute gesehen. Wolltest du auch bei der Pokémon-Liga vorbeischauen? Da drin kann man gegen die stärksten aller Trainer kämpfen. Gegen die Top 4. Ich hätte die Top 4 zu gern mal in Aktion gesehen. Aber das Personal der Pokémon-Liga lässt nur Trainer mit allen Arena-Orden durch. Da hilft nur eins. Wir müssen unser Bestes geben und immer stärker werden. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Los, Katze. Lass uns kämpfen und stärker werden. Oh, du forderst mich zu einem Kampf heraus? Thomas, da bin ich gerne dabei. Haha. Beim letzten Mal hast du gewonnen, in der letzten Folge. Aber heute in Folge 3, hier auf Katze, der Kanal für Kinder, ja? Da gewinne ich. Los, Taubsy. Taubsy trifft sich gut. Denn Pikachu kann es mit einem Donnerschock einfach zurütteln. Oder, ähm, brutzeln, wie auch immer. Oh, wow. Das, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Tatsächlich bist du ein Typenvorteil. Oh, nein. Taubsy, zurück. Oh, Pikachu erreicht Level 8. Sehr toll. Und, Spezialverteidigung erhöht sich um einen Punkt. Sehr, sehr toll. Na gut. Du konntest zwar meinen Taubsy besiegen, aber gegen meinen Evoli hast du keine Chance. Los, Evoli! Oh, Evoli ist schon ein süßes Pokémon. Okay. Wow, es kann Ruckzuck hiep. Es ist stärker geworden. Tja, auch ich habe trainiert, Thomas. Ich wusste. Äh, ich meine Katze. Ich wusste, beim nächsten Mal. Wenn ich dich begegne, will ich dich schlagen. In einem Pokémon-Kampf. Los, Ruckzuck hiep. Oh, nein. Aber wir sind trotzdem immer noch ein kleines bisschen stärker. Wahrscheinlich, weil wir ein Level über Evoli liegen. Ruckzuck hiep. Schnell, Evoli. Okay, Donner-Schock, Pikachu. Das kleine Evoli macht uns nicht zu schnell etwas nach. Tja, das war es dann wohl, Thomas. Oh, nein. Nicht schon wieder. Das gibt es doch nicht. Taubsy erreicht Level 4. Radfratz, Level 5. Und Thomas wurde besiegt. Was? Echt jetzt? Oh, nö. Man, oh, man, oh, man. So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es garantiert beide bis zur Pokémon-Liga. Okay. Also, tschüss. Oh, Mann. Thomas, warte. Ich konnte dich noch nie fragen, ob wir jetzt mal gemeinsam das Abenteuer erleben wollen. Oh, da ist ein Radfratz. Achtung. Nicht, dass wir in das Radfratz reinlaufen. Sonst wird es zu einem Kampf kommen. Pokémon-Liga. Der Gipfel der Pokémon. Oder Arenen oder wie auch immer. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's in die Pokémon-Liga. Wir sind stark genug für die Pokémon-Liga. Wow, schön hier. Hey, hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Aber du besitzt noch nicht einmal den Felsorden. Tut mir leid, aber Regeln sind Regeln. Ich darf dich nicht vorbeilassen. Oh ja. Oh ja. Okay, die Pokémon-Liga. Wir brauchen alle acht Arena-Orden, um da reinzukommen. Können wir das schaffen? Wir schaffen das, Pikachu, oder? Okay, wir werden irgendwann an diesen Ort zurückkommen. Wenn wir alle acht Arena-Orden besitzen. Oh, ein Pokéball. Du findest fünf Pokébälle. Na, sehr praktisch. Die nehmen wir natürlich mit. Yay. Okay, Pokémon-Liga hin oder her. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von uns. Neben der Vervollständigung des Pokédexes und natürlich das große Abenteuer an sich. Denn man erlebt hier in jeder Folge immer was Lustiges, immer was Spannendes. Und ich bin gespannt, was es heute so zu entdecken gibt. Denn immerhin können wir jetzt ein bisschen mehr von Fertania City entdecken. Wie niedlich. Dein Pokémon sitzt ja auf dir. Mir wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ich fühle mein Pokémon. Ich führe mein Pokémon lieber eine Runde spazieren. Raaah. Öffne einfach dein Spielmenü mit dem X-Knopf. Oh, Moment. Moment, was? Hast du dir ein Pokémon ausgesucht? Kannst du aus dem Pokéball holen? Es gibt nichts niedlicheres. Ich schwere. Pass auf, ich mach dir das mal vor. Hey, mein eigenes Mirabler läuft mir jetzt hinterher. Mira, 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 Mira. Mirabler fühlt sich offenbar wohl. Ra-pla, Ra-pla. Oh, schaut mal, mein Mirabler läuft mir hinterher. Pokémon-Arena von Fertania City. Hey, holen wir uns den ersten Orden. Diese Pokémon-Arena ist dauernd geschlossen. Wer hier wohl der Arena-Leiter ist? Die Türen der Arena sind verschlossen. Na, tatsächlich. Okay, hier werden wir also erstmal keine Arena-Orden holen können. Na ja, gut. Also, theoretisch würde ich sagen, Mirabler hoppelt uns hinterher. Wir können weiter. Tipps für Trainer. Um einen Koop-Trainer herbeizurufen, muss er den zweiten Controller einfach zu zweit macht das Abenteuer mehr Spaß. Aber schütteln! Fertania City. Hm. Moment. Was ich unbedingt machen möchte, ist mein Pokémon heilen. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Zumindest hoffe ich das. Oder wird das Pokémon-Center noch gewartet? Willkommen beim Pokémon-Center. Jetzt haben wir deine Pokémon wieder fit gemacht. Äh, ja. Okay. Dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. So, alle Pokémon kurz auf dem Computer. So, werden geheilt. Perfekt. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Ja, das werden wir machen, wenn unser Pokémon geschwächt ist. Aber jetzt sind unsere Pokémon wieder fit. Und wir können unsere Reise fortsetzen. Los geht's, Mirabler und Pikachu. Und natürlich mein ganzes anderes Team. Und nicht vergessen, alle, die fleißig kommentieren, Ihr dürft nach, äh, meinen Pokémon benannt werden. Das mache ich ab der nächsten Folge. Tipps für Trainer. Ach, das hatte ich bereits gelesen. Was steht denn hier? Route 2 verbindet Vertania City mit Marmoria City. Okay. Das ist doch schon mein wichtiges Indiz. Na, wie geht's dir? Mirabler geniert sich fürchterlich wegen irgendetwas. Hey, du musst dich doch nicht genieren. Es ist doch alles okay. Diesen Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Das können wir leider noch nicht. So, und wo geht's jetzt hier weiter? Oh, da ist ein Taubsi. Sollen wir uns das schnappen? Wow. Da hat uns ein Mirabler im Gras erwischt. Mira, Mirabler. Okay. Mirabler. Ich würde sagen, meine ich, wir fangen dich jetzt. Pokéball los. Nummer 2, Nummer 3 und... Ja! Wir haben's gefangen. Klasse! Mirabler wurde gefangen. Und wir bekommen 22 Erfahrungspunkte für unsere Pokémon. Und ich werde noch meine Pokémon austauschen, denn ich habe drei Radfratz-Pokémon im Team. Mirabler wurde gefangen. Sehr toll. Gefällt mir gut. Du hast Mirabler in deine Pokémon-Box abgelegt. Sehr, sehr toll. Und ein Taubsi. Aber das ignorieren wir mal. Was ist das hier für ein Gebäude? Lass uns da mal reingehen. Hallo? Oh, ein Tunnel. Ein Durchgang. Wenn ein Pokémon Attacken einsetzt, die den gleichen Typ wie es selbst haben, dann macht es viel mehr Schaden. Okay, deswegen ist der Donnerschock von Pikachu so stark. Du gehst in den Fertanier-Wald? Der Wald bildet ein natürliches Labyrinth. Pass also auf, dass du dich nicht verläufst. Okay, ich werde aufpassen. Da ist also der Fertanier-Wald. Bist du bereit, Mirabler? Wir gehen jetzt gemeinsam in den Fertanier-Wald. Mirabler will wissen, was da draußen los ist. Oh, nicht nur du, ich auch. Dann mal los. Okay, wow. Das ist also der Fertanier-Wald. Der sieht echt schön aus. Was für ein riesiger Wald. Tipps für Trainer. Wenn du ein Pokémon fängst, erhalten deine Pokémon Erfahrungspunkte. Besonders viele Erfahrungspunkte, ja. Okay. Das gilt auch besonders für kleine Pokémon. Okay. Hallo, Mirabler. Äh, hallo, Mirabler. Hallo, Käfersammler. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Sie sind schon ganz hibbelig, weil sie sich so auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Vielleicht begegnen wir deine Freunde noch hier. Hey, wer sind sie? Eine Pfadfinderin. Hey, du. Hast du ein großes Pikachu dabei? Äh, naja, es geht. Also, mittel. Ah, ich bin Marina, dir gehöre. Los, Ratfranz. Warum sprichst du so komisch? Lass mich doch. Oh, ich glaub, die ist ein bisschen zickig. Okay, Ratfranz. Zeig mal, was du kannst. Los, Donnershock. Äh, Pikachu. Hä? Mit einem Schlag? Oh, Mann. Unfair, ey. Oh, Mann. Und Ratfranz erreicht Level 5. Na, das ging ja echt schnell. Göre und Marina besiegt. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, liebe Göre. Wenn du nicht mal so rumzicken würdest, ein bisschen mehr deine Pokémon trainiert hättest. Selbst schuld. Äh, ich bin hierher gekommen, um ein großes Pikachu zu fangen. Woran man als Anfänger ein großes Pokémon erkennt? Sie gehen auch hin. Da findest du es raus. Die ist echt komisch gewesen. Hey, schau mal. Da im Gras. Ein Hornliu. Der Käfersammler in der letzten Folge hat uns doch was von Hornliu erzählt, oder? Und von Raupi auch. Wer kann sich noch daran erinnern? Schreibt es in die Kommentare. Wir liberen aus, um die Pokémon ein bisschen vereinfacht zu fangen. Probieren wir mal aus und werfen mal eine Himibäre dem Pokémon entgegen. Bitte schön. Oh, sehr toll. Und jetzt? Pokéball los. Großartig. Was für ein schöner Wurf. Komm, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Yes, wir haben es geschafft. Klasse. Hornliu wurde gefangen. Oh, wir haben ein Hornliu im Team. Das ist ja mal sehr toll. Wuhu. Es gibt ganz viele Erfahrungspunkte. Und Taubst erreicht Level 5. Und er lernt eine Windattacke. Windstoß. Oder Flugattacke. Hornliu. Äh, ein Eintrag im Pokédex. Hornliu. Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stachel. Es versteckt sich im hohen Gras, so wie in Wäldern und frisst eifrig Blätter. Du hast Hornliu in deiner Pokémon-Box gelagert. Aber nicht nur Hornliu. Schaut mal, da ist noch ein Raupi. Oh, Raupi. Das kleine grüne Raupen-Pokémon. Das möchte ich auch noch fangen. Das haben wir auch noch nicht gefangen. Los. Pokéball. Achtung, Achtung, Achtung. Los. Jetzt. Großartig. Klasse Wurf. Was mich mal interessieren würde, wer von euch hat denn auch dieses Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich extrem interessieren. Und wer mag diese Videoserie hier auf dem Katze-Kinder-Kanal? Mögt ihr es? Sagt ihr, ja, ich mag es, aber ich finde Paw Patrol besser oder was ganz anderes? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Doppelkick. Okay, Pikachu. Wir verlernen einfach mal Heuler. Routenschlag behalten wir mal. Und Heuler und Routenschlag ist nicht das gleiche, aber wenn wir eins davon haben, passt es vollkommen. So. Eins, zwei und schwupp. Heuler vergessen und wir erlernen Doppelkick. Eine Kampfattacke. Gut gegen Gesteins-Pokémon und Unlicht-Pokémon. Für Raupi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Raupi berührt man die Fühler auf seinen Kopf, so versucht es sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Du hast Raupi in einer Pokémon-Box gelagert. Oh, klasse auf jeden Fall. Und da ist ein Mirapla. Ich will mal ganz in Ruhe schauen, was es hier im Wald noch für Pokémon gibt. Schaut mal da hinten. Seht ihr das links? Da versteckt sich ein kleines Hornio im Gras. Ja, wir gucken mal weiter. Hinter dem Baum ist nichts. Oh, schaut mal, was da erschienen ist. Das ist ein Kokuna. Oh, schaut mal. Das ist nämlich die Entwicklung von Hornio. Wenn sich Hornio weiterentwickelt, ich glaube auf Level 7, wird es zu einem Kokuna. Nicht wundern, Kokuna ist hier auf Level 4. Hier kann man entwickelt auch etwas niedriger fangen. Auf einem niedrigen... Was? Verflixt. Es hätte beinahe geklappt. Noch einmal. Kokuna ist etwas hartnäckiger. Kokuna bleibt nicht einfach so im Ball drin. Aber der zweite Ball hat funktioniert. Kokuna wurde gefangen. Klasse. Wow. Ich muss schon sagen, gar nicht mal so einfach. Aber wir haben es geschafft. Was für ein klasse Wurf. Und wir sind im Wald noch gar nicht gut vorangekommen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Wir sind immer noch am Anfang des Waldes. Ich frage mich, wie groß dieser Wald sein könnte. Das ist bestimmt gigantisch. Und im Wald gibt es bestimmt viele Pokémon zu entdecken. Kokuna. Obwohl es sich kaum bewegen kann, ist es bei Gefahr in der Lage, einen Stachel auszufahren, mit dem es seine Gegner vergiftet. Okay. Das klingt sehr gefährlich. Pokémon. In die Pokémon-Box gelagert. Pikachu. Da ist ein Pikachu? Schau mal, Pikachu. Da ist ein Pikachu. Na, das holen wir uns. Ein weibliches Pikachu. Das erkennt man an seinem Schweif. Das hat die Herzform. Achtung, Achtung. Ha. Netter Ruckzuck-Keep. Aber. Der Pokéball sitzt. Und. Werden wir es fangen? Werden wir es fangen? Boah. Es ist hartnäckig. Es ist die Frage. Wollen wir es nochmal versuchen? Natürlich. Und noch einmal. Werden auch vielleicht vorher noch eine Himi-Beere werfen können. Egal. Das wird schon funktionieren. Komm schon. Komm schon. Yes. Klasse. Wir haben einen Pikachu gefangen. Jetzt haben wir sogar zwei. Unser. Na ja. Starter-Pokémon. Und ein Pikachu aus dem Wald. Und meine Pokémon erreichen ganz viele neue Level. Auch nicht schlecht. Sehr, sehr toll. Pikachu wurde in der Pokémon-Box gelagert. Also ihr seht schon. Hier gibt es noch einiges zu entdecken. Und super viele Pokémons sind hier erschienen. Wie wird es hier weitergehen? Und. Wie groß ist der Wald? Habt ihr eine Idee? Ich bin sehr gespannt. Schaut unbedingt in der nächsten Folge wieder rein. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge. Einfach drauf tippen. Und nicht vergessen den Kanal zu abonnieren. Damit ihr keine Videos mehr verpasst. Dann würde ich sagen. Katztastisch. Miau.